Okay, hier kann ich mich verstecken in den Schatten. Ach, jetzt wird mir springen geklärt. Nein. Okay, ganz ruhig. Da ist der Generator. Aber ich will da einen Hinterhalt. Okay. Schade, dass ich keinen Akku irgendwie habe, der meine Batterien irgendwie selber so nach und nach auflädt. Ich bin nicht allein hier unten. Ach du Scheiße. Das ist natürlich mal gut abgehangen. Und dahin ist was. Eine Scheißdose. Ich dachte, das wäre eine Batterie. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Was ist das? Ich bin nicht allein. Das ist nur ein Hammer. Hassel, verdammt. Nein. Was ist die. Die Musik gefällt mir gar nicht. Sorry, dass ich schwachsam bin. Ich muss ruhig bleiben. Das ist so ein... Ja, was heißt spätabends? Es ist kurz vor 21 Uhr an einem Sonntag. Sprich, wenn ihr diese vergisset, ist es entweder Montag oder Dienstag. Ganz ruhig. Leise zum Ausgang. Vorsichtig zum Ausgang. Nein! Ganz ruhig. Guck. Anruhe. Und leggen ganz ruhig. Okay. Vomblez. Ja, dann wird es nochmal ruhig. Dann wird es auch ruhig. Und dann wird es auch ruhig. Und dann wird es gut. Das ist ein ruhig. Ja, dann wird es auch ruhig. Und unten. Und dann wird es ruhig. Drücke er um die Batterien aufzuleihen, ja. Da ist er. Ist es nur ein einziger? Nein! Geh weg. Ja, genau. Jesus! Okay, er muss mich entdeckt haben. Und ich darf natürlich von da beginnen, war ja klar. Er muss mich also entdeckt haben, als ich die Nacht sich so angemacht habe. Das werde ich gleich mal testen, ob es auch genau die Vermutung ist, wo ich hatte. Die war zu. Die war, glaube ich, zu. So. Speichern und bänden. Fortfahren. Ja, genau. Wer ist da? Schön. Speichern kann ich also nur, wenn ich den richtigen Ding habe. Den richtigen Moment. Auf jeden Fall ist dies meine Vermutung, dass er die Nachtsicht gesehen hat. Ja, genau. Renn. So, was kotzt mich jetzt derbe an. Wie hat der mich bitteschön gesehen? Au. Können die in der Nacht sehen, oder was? Das würde ich. Das würde mal sehen. Wie geht das? Das würde ich nicht ganz gut sein. Da ist es zu schiffen. Da liegt was. Okay. Ach, von da kam der. Oh. Ich muss was nachschauen. Ich hab mich voll verdrückt. Mein Fehler. 11 bis 80. Wie um Himmels Willen kann ich Infrarot? Das ist Licht. Ganz ruhig. Hallo? Hallo? Das ist ein Tschüss. Ich habe Angst, dass wenn ich jetzt auch Au! Genau! Los! Es wäre der Licht. Hop! Stellt euch! Ich habe einen Puls von 180. Sind die jetzt verschwunden? Ich habe einen Puls von 180. Und dann Ich würde gerne speichern machen, aber ich will das doch mal machen. Ganz ruhig. Vor allem, wo sind die? Vielen Dank.